Szenenwechsel. Der Norden Israels. Das größte Süßwasserreservoir des Landes ist der See Genezareth. Gespeist wird er durch den Jordan, der in den Golanhöhen entspringt. Israel pumpt aus dem See fast 30 Prozent seines Trinkwassers. Mehr geht nicht. Salzige Quellen auf dem Grund, ein sensibles ökologisches Gleichgewicht und ein ohnehin rückläufiger Wasserspiegel setzen dem Durst nach Wasser hier Grenzen. Die natürlichen Trinkwasserressourcen des Landes sind somit fast erschöpft. Israel braucht im Norden und in der Mitte des Landes in der Zukunft dringend neue Wasserquellen. Und zu überleben investiert das Land deshalb kräftig in neue Technologien. Drei Kilometer vor der Mittelmeerküste sollen riesige Pumpen Seewasser ansaugen und das Salzwasser an Land leiten. In der Nähe von Aschkelon entsteht die modernste Meerwasserentsalzungsanlage des Nahen Ostens. Die vom Staat geförderte Anlage kostet rund 200 Millionen Euro. Ende 2005 soll sie eine Kapazität von jährlich 100 Millionen Kubikmetern Trinkwasser erreichen. Drei weitere, kleinere Entsalzungsanlagen sind für die nächsten Jahre geplant. Professor Issa berät noch heute die israelische Regierung in Wasserfragen. Bei allen größeren Wasserprojekten ist der Rat des 78-Jährigen gefragt. Chefingenieur Uri Arbel berichtet über den Stand der Bauarbeiten. Wir haben hier 16 Ständer und in jedem befinden sich die Druckbehälter. In diesen Druckbehältern befinden sich jeweils acht Membranen. Hier sehen Sie die Nachbildung einer Membran. Das Wasser läuft hier hinein und durch das Rohr. Weil es dort unter sehr hohem Druck hineinschießt, diffundiert das Wasser durch die Membrane und wird so zu Frischwasser, während eine salzige Lake zurückbleibt und durch das Rohr abgeführt wird. Hier haben wir die Kollektoren an den Druckbehältern, die die Lake und das Produkt abführen. Sehen Sie, die Polyethylenrohre. Die hochkonzentrierte Salzlösung wird wieder ins Meer zurückgeleitet und gefahrlos verklappt. Meerwasserentsalzung ist sehr energieintensiv. Es ist die teuerste Methode, Trinkwasser herzustellen. Ein Liter Süßwasser aus dem Meer ist etwa doppelt so teuer wie Wasser aus herkömmlichen Quellen. Trotzdem, Israel muss jeden technologischen Weg aus der Wüste nutzen. Meerwasserentsalzung ist zwingend notwendig. Schon heute fördern wir zu viel Grundwasser. Wenn wir in Zukunft eine sichere Trinkwasserversorgung haben wollen, dann brauchen wir etwa 300 bis 400 Millionen Kubikmeter Wasser, zusätzlich zu dem, was wir heute bereits aus den Brunnen holen. Und auch für die Palästinenser brauchen wir mehr Wasser. An Meerwasserentsalzung kommen wir deshalb nicht vorbei. In dieser Anlage werden wir etwa 100 Millionen Kubikmeter entsalzen. Doch in der nächsten Zukunft brauchen wir noch einmal 200 bis 300 Millionen Kubikmeter pro Jahr. Wir sind schon ein wenig zu spät. In den letzten Jahrzehnten ist zur Trink- und Nutzwasserversorgung ein weitverzweigtes Pipeline- und Kanalsystem gebaut worden. Es reicht vom See Genezareth im Norden Israels bis an die Küste des Roten Meeres bei Elad im Süden. Damit kann auch der trockenste Landesteil im Süden mit Wasser versorgt werden. Die Meerwasserentsalzungsanlage liegt nur 5 Kilometer vom Gazastreifen entfernt, wo 1,5 Millionen Palästinenser auf engstem Raum leben. In Gaza wird ausschließlich Grundwasser zur Wasserversorgung eingesetzt. Und dort sinkt der Grundwasserspiegel rapide. UN-Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Trinkwasserquellen in Gaza innerhalb der nächsten 15 Jahre versalzen werden. Wasser ist in dieser Region auch ein Politikum. Es gibt Pläne, die jährliche Kapazität der Aschkelon-Anlage um 5 Millionen Kubikmeter Trinkwasser für den Gazastreifen zu erhöhen. Doch seit der Intifada liegen diese Pläne auf Eis. Die Baustelle wird immer wieder von palästinensischen Raketen beschossen. Im Großraum von Tel Aviv leben mehr als zwei Millionen Menschen. Die moderne Metropole am Mittelmeer boomt, wächst und platzt aus allen Nähten. Täglich verbraucht jeder Bürger der Millionen Metropole fast 300 Liter Wasser. Ein Höchstwert. In Deutschland liegt der tägliche Durchschnittsverbrauch lediglich bei 125 Litern pro Bürger. Die Stadt und ihre Bewohner produzieren damit auch Unmengen von Abwasser. Fast ein Drittel der gesamten Abwassermenge des Landes entsteht hier und erreicht den Wasseraufbereitungskomplex von Chef Dahn im Süden von Tel Aviv. In Anbetracht des verschwenderischen Umgangs der Israelis mit den knappen Wasserressourcen ist die Wiederaufbereitung von Abwasser in Israel überlebenswichtig. Das Land hat bereits heute eine der höchsten Recycling-Raten weltweit. 70 Prozent des israelischen Abwassers werden wiederverwendet. An das bewusste Wassersparen der Israelis zu appellieren, erscheint jedoch aussichtslos. Die meisten haben sich längst daran gewöhnt, zweimal am Tag zu duschen. Trotz aller Schreckensmeldungen könnten hier wohl nur drastische Preiserhöhungen eine Wirkung erzielen. Allein die Wasseraufbereitungsanlage von Chef Dahn produziert pro Jahr mehr als 120 Millionen Kubikmeter Frischwasser. Die Wasserbauingenieure planen sogar, den Output zukünftig auf 160 Millionen Kubikmeter zu erhöhen. Dieses Wasser kommt aus Chef Dahn und war einmal Abwasser. Nach der Behandlung in der Abwasseranlage haben wir es in das Grundwasser infiltriert. Von dort wird es mit diesen Pumpen wieder gefördert und für die Bewässerung nach Süden in die Negev geleitet. Mit diesem Wasser können wir alle möglichen Feldfrüchte bewässern. Sehen Sie, ich kann es anfassen. Es hat keine wie auch immer geartete Belastung. Das gereinigte Abwasser, das hier in einen natürlichen Wasserspeicher versickert, ist derzeit in der Negevwüste noch immer die Hauptquelle der landwirtschaftlichen Nutzung. Die Milliarden Kubikmeter salzigen Brackwassers unter dem Wüstenboden, die Ari Isar schon vor über 30 Jahren gefunden hat, werden erst seit etwa zehn Jahren zu einem kleinen Teil wirtschaftlich genutzt. Die Wissenschaftler um Ari Isar vom Wüstenforschungsinstitut in Sedebuker wollen dies ändern. In der Negev gibt es kaum Regen. Die Böden sind karg und salzig. Trotzdem gibt es Pflanzen, die in dieser Wüste überleben. Der Botaniker Professor Avi Golan erforscht am Institut die genetischen Grundlagen für die extreme Widerstandsfähigkeit der Wüstenflora. Wüstenpflanzen trotzten während ihrer Entwicklung großen Umweltstressfaktoren. Die Pflanzen sind klein und eher gräulich in der Farbe. Dies reflektiert ihre Einzigartigkeit und ihre Anpassung an die Umweltverhältnisse. Sie entwickelten während ihrer Evolution Gene und Proteine, die ihnen halfen, diese Umweltbedingungen zu überstehen. Wir glauben, dass Wüstenpflanzen einen Korb voller einzigartiger Gene besitzen, die man in anderen Pflanzen so nicht finden kann. Modifikationen, Mutationen, die auf Nutzpflanzen transplantiert nützlich sein könnten, um diese Nutzpflanzen widerstandsfähiger gegen salziges Prackwasser, wiederverwertetes Wasser oder extreme Temperaturunterschiede zu machen. Im Labor versuchen die Wissenschaftler, die genetischen Vorteile von Wüstenpflanzen auf Nutzpflanzen zu übertragen. Mithilfe der Gentechnik wollen die Forscher die Vision Ben-Gurions vom Erblühen der Wüste Wirklichkeit werden lassen. Denn dieser alte Traum ist heute aktueller denn je. Sollte im Nahostkonflikt das Prinzip Land für Frieden umgesetzt werden, brauchen die Israelis einen Lebensraum, der außerhalb der palästinensischen Gebiete liegt. Die Menschen sollen in der Wüste siedeln.